so und weiter geht's mit let's play simpsons das spiel lang ist her und irgendwas stimmt mit meinem controller nicht wieso läuft der vorsicht also es geht er läuft immer noch jetzt geht's wieder es geht nicht wieder ein bleibt doch stehen hallo ein bisschen dran rum reißen egal so wir haben noch ein paar missionen hin vor uns nämlich zwei und er läuft immer noch egal ich würde mal sagen wir machen jetzt die ihr wisst schon die mit den killer viechern so jetzt lad mal schneller ich will da durchkommen ich meine wir müssen ja springfield retten das ist doch ja wichtig nachdem dieser komische strahl sie getroffen hatte haben die delphine angefangen die menschen anzugreifen ich wollte mich wehren aber ich habe nur noch flossen und blas höchern gesehen ha 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 oh captain es tut mir so leid war dir dein dämliches mitleid dass schrei schon ein kleines mädchen an ich setze mich lieber in den wagen warten sie ein moment sie müssen uns helfen diese bande von fischfressenden publikum aufzuhalten einverstanden da draußen im wasser ist eine luke und zwar hinter dem meerespark wir treffen uns da und schlagen diese invasion von rolligen delphinen zurück los der ist schon mal kaputt und der andere auch komm du auch noch komm 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 es trifft ihn nicht mal bahn so der ist kaputt so bad hol deine dinge jetzt geht es weiter nur wo ja das ist die frage da geht es nicht hin oder doch warten muss diese viecher die sollen verschwinden na komm ach der hat noch gar kein ding gesammelt da los dann sammeln wollen perfekt da will ich nicht rein ach das war schon da mussten alle besiegen ich dachte naja gut ups scheiße scheiße egal bam shit das war jetzt das war jetzt fehl ok 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 und jetzt hier rüber ja 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 dann hier noch mal rüber und hier rüber ja 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 hier kommt lisa ist klar du kannst nix ja nee ist klar erst mal da gucken hier hin hier nee ich habe keinen plan wo das hinkommt ja es kommt da hin ist klar also muss das hier hin kommen jetzt kommt da nicht hin hier hin ich habe keinen plan wo das hinkommt ah das muss eigentlich das müsste hier hin ja 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 perfekt gut 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 jetzt geht es mal hier weiter ja aber und jetzt und jetzt und jetzt scheiße schon wieder tot ja die können ja auch nicht schwimmen ey die kleine ratten da so endlich und dann so endlich 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 komm 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 so und was geht da jetzt auf ach die teile perfekt so geh weg geh nein ja 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 egal das war der schnellste weg merke ich gerade kommen da irgendwelche viecher nein gut sehr gut sehr gut aber da kommen gleich welche oder ja 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 sterb 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 los komm sterb ja ich gebe es dir richtig ist aber tot was zeigst du ihnen Bart zeigst du ihnen doch selber so okay das war es weiter geht es ich meine wir wollen da ja durchkommen da der ist noch haben wir ja schön viel munition eingefangen und dann geht sie bam bam hä was ist denn das was der da schießt bam okay das war es wir müssen doch hier lang auch wieder ein checkpoint das kann dagegen auch oh oh das tut ja weh geh weg geh weg geh weg nein hier wieder so sterbt los sterb 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 nein ich bin tot das habe ich jetzt gar nicht gesehen verdammt verdammt aber wenig ja du kriegst mich nicht alter verpisst euch so du auch noch weg da perfekt ah komm die kriegen jetzt alle voll rein jetzt geh doch weg weg so du auch noch du kriegst noch du kriegst noch eins bam boah hallo wie viel sind das was 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 die sind schlauer als ich so so jetzt den noch ja wie jetzt den 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 und dann den noch und der kriegt na komm der kriegt auch noch einer rein und der ist tot da kommt da kommt hallo und so ja nee ist klar was macht der jetzt hier ja super jetzt wird der na toll jetzt ist der entführt worden na toll ey grad ich glaub der ist dumm nein 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 ach leg nicht ey komm schon ey das war voll drauf das war voll drauf komm alter die mich verarschen na endlich so jetzt kommt der hier oh man ey leute das das spiel hasst mich gebt euch das alter alter kann die weiterspringen die kann doch sicher weiterspringen ne kann auch nicht das muss doch irgendwie anders gehen sauber sauber oh cool ja und jetzt so jetzt bin ich endlich auf dem dach da juhu gibt es da noch irgendwas nein das müssen wir anscheinend da runter Oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott nun mal schauen wie es wird was ist denn das alter kommst einfach hier runter okay okay ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt wir können einfach hier runter so lisa lisa komm hier mach mal hier das hier das kommt da gar nicht aber wo dann oder vielleicht doch ich weiß es gerade nicht kommt das hin das zeug moment mal so einmal hierhin einmal ja das ist geil ja das ist die stöße war ja noch warm warm kommt hier warm 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 und hier warm kommt 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 hallo ich will die auch mal treffen die sind so cool warm und dann hinten die sterben jetzt auch warm ja komm warm 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 der autbar ja ach jetzt ich treffe nicht mal jetzt kommt die kamera spinnt wieder jetzt ist ok was ist denn das jetzt hier scheiße ich sterbe ich sterbe oh gott ist das oh gott oh gott oh gott ah hilfe hilfe ah hilfe hilfe was geht jetzt da hallo die ja ich he... ah ja ich komme irgendwie halte hallo okay ich komme mir doch nicht hoch aber hier und weiter geht los alter ich treffe dich scheiß alter hallo ich komme nicht mehr hoch weiter jetzt aber so und jetzt nein 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 ah fuck oh alter musste es sein mann alter jetzt sollte ich mal hier nein nein verdammt noch mal alter scheiß kamera regt mich voll auf er gibt dir dieses fucking kamera alter gebt ihr das wenn es nicht gerade hier drauf ist dann springt der weg alle gibt euch das endlich wieder oben jetzt aufpassen los krabbel 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 los krabbel schneller schnell krabbel doch krabbel los laufschlampe nein 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 nicht sterben ach das bringt gar nichts dieses teil das hat irgendwas damit auf sich oder so hier das muss aha 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 jetzt 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 scheiß ich hier lang okay jetzt ist hier zu dahin muss das zeug aha geht bloß weg ihr scheiß viecher geht bloß weg so dahin müssen die teile das hätte man ja auch noch früher zeigen können nein spaß so hier noch perfekt jetzt muss ich nur gucken wie man da hochkommt auch geht bloß weg geht bloß geht da kommt man nicht hoch aber wie kommt man dann hoch ach hier vielleicht so verdammt doing doing hey echt cool es werde grün okay und jetzt muss ich den aal hier hier rein machen haha jetzt ist er dran jetzt ist er dran digga nein 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 andere seite andere seite komm aah hä nein 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 nicht treffen komm na komm treff den doch ja doch hier schnell drauf nein 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 ja endlich runter mit dir ja gönn dir tot alter tot ja ich hatte heute viel spaß kinder wisst ihr so lange tauche ich in der serie sonst nie auf sagte ich serie ich meinte natürlich in eurem leben das haben wir auch sauber gemacht sie haben unseren plan vereitelt deshalb wollen wir rache rache vergeltung rache wir müssen es ihnen heimzahlen die mini frühlingsrollen sind fertig frühlingsrollen sehr schmackhaft heiß rache mit leckern frühlingsrollen rache 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 frühlingsrollen na dann guten appetit sage ich da nur wir haben es wieder geschafft wir haben gute arbeit geleistet ja wie immer wenn es euch gefallen hat daumen hoch vielleicht kommentare freue ich mich natürlich sehr gerade unter simpsons und amnesia da ist wirklich sehr wenig los naja ich sag dann mal bis zum nächsten mal rache